ja und damit herzlich willkommen zurück hier bei der tutoni ja ich bin noch immer in dem walking dead fieber und wir spielen heute episode 2 hilfe und schießt mich tot hilfe und hunger oder so da hunger und hilfe oder ich weiß es nicht genau und spielen aber ich hatte sogar recht hunger und hilfe okay ich will deshalb lasst uns doch einfach beginnen ohne lange zu quatschen ich bin stehen laden Du hast alle selbst durch das? Ja, ich möchte meine Eltern nach Hause kommen. Und du? Du schaust auf die Front Door. Du bist unser Schuss. Das ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay, Carly, du kannst du mit Doug... Du hast es, Boss. Sonne of a bitch. One of them is bitten. Wir sind mit ihm. Mit dem blöden Enden an axe-handel, Amy, nobody threatens my boy. Oh, mein Gott. Und ich weiß nicht was passiert mit dir. Aber wenn irgendwas passiert mit meiner Frau, oder die kleine Frau, du hast mit dir? Du schaust deinen Schein. Drei Monate später. Wer ist das? Wer ist das? Ich verstehe sie so gut. Niemand fährt mein Essen an. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ich nehme ihn nicht als Schutz. Ich habe es nicht vergessen, dieser blöde Pisser. Vogel! Scheiße. Bekommen bei der Forrest. Oh, das ist nicht okay. Oh, ah! Bekommen. 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 Wir versuchen es. Wurde er gebissen? Wurde er gebissen? Okay You must have said blood? All that blood and screaming? We're going to be surrounded every minute! Der ist doch gut! Mann! Tja, ist was ab! Es hilft doch nichts! Es hilft nichts! Oh! Achso! Oh Gott! Oh! 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 Oh oh! He died something! He died! Oh! 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 Oh, Walking Dead! Meine Damen und Herren! Ich mag es überhaupt nicht! Hunger und Hitze! Und jetzt haben wir aber noch ein Mäulchen mehr zu stopfen... Und da wird sagen... Na ja, vielleicht haben sie aber auch Sachen dabei... Was ist das schwierig? Was ist das? Was ist das? Lee, bist du okay? Kat, kannst du ihn fixe? Jesus, Ken! Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here! Hey, you wanna calm down for a fucking minute? Hey, no, I don't! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea! We left the other one behind. Jesus, Lee! What if there are more of them? What if they followed you here? There wasn't anybody else! Just us! How do you know he's not lying? Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? Huh? Fine, you guys fight it out then. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on. You're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around. Now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. It doesn't matter who's in charge. Most people are here now. I guess we just have to decide what happens next. No, Lee, it does matter. One person can't be in charge of everything. You know, it might feel safe for you to sit on the fence, but sooner or later you're gonna have to decide whose side you're on. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? Oh, I hate diesen Opa. Können wir den nicht einfach essen? Oh, I hate diesen Opa. Können wir den nicht einfach essen? Everyone's starting to hate me, because I'm the one that rations the food. But nobody else wants to. You know what? But I'm not doing it tonight. Keep doing it. Wieso nicht? Was hab ich denen getan? Ach, das macht die doch mit Absicht. Großartig. E-m-m Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Alles Meins! Alles Meins! Ich esse Alles. Ah, oh, well, well, good, don't. Sprechen kann ich ja nicht. Gib Essen. Nee, erst-es-wurr. Ich will erst mal nur mit dir reden. Ist er okay? Ich weiß nicht. Kannst du mir eine Hand real quick? Ich weiß nicht. Ja, was du willst? Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, I thought I was starting to get used to this. Sewing up people's injuries. But I mean cuts and bruises are one thing, but bleh, this man has no leg. Huh. I did the right thing. Yeah, I know you did. What can I do? I can't do this. I can't work under this. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Okay. Oh, my God. Das wird jetzt so schwer. Ben. Hallo, Ben. How you doing Clementine? Okay. Was ist das? Ich weiß nicht. Kannst du mir helfen, es zu finden? Klar. Wann hast du sie verloren? Ich hatte sie ein paar Tage vor. Ich versuche. Wenn ich sie finden werde, werde ich dir wissen. Danke. Okay, Claire. Ich muss ein paar Dinge auszunehmen. Okay. Lass mal der Kleine. Okay. Okay. Ich bin Autos. Okay. Ich bin Autos. Okay. Ich bin Autos. Das ist eine Katze. Untertitelung des ZDF, 2020 Also sie kriegt auf jeden Fall was zu kommen. Achso, komm! Cricket und Käse, halber Apfel. Ein Stückchen Dörrfleisch. Cricket und Käse. Sie braucht Vitamine. Ganz ehrlich, Lilly kann mich mal. Und ihrem Vater genauso. Ich mag die Ärzte nicht. Ich weiß nicht, Lilly. Das ist wahrscheinlich unsere beste Betten. Ich bin nicht sicher, dass das die beste Idee ist. Du hast Glen ihr Glück, wenn er weg ist. Ich frage dir, dass du meine Wahl auch respektieren möchtest. Ja, aber er ist weg, um seine Freunde zu finden. Deine Familie ist hier. Hier. Hier ist uns nicht gut. Du solltest über das mit uns kommen. Du und Clem. Tja, es ist schwierig. Das mit der Küste ist eine gute Idee. Aber ich sag mal so. Selbst wenn er weggehen sollte, hätten wir dadurch weniger Mäuler zu stopfen, sag ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite mag ich halt Kenia auch irgendwie. Und ich weiß nicht. Und sonst, wenn er das... Aber auf dem Wasser ist er doch auch nicht viel sicherer. Aber Fakt ist, der Mann kriegt von mir auf jeden Fall was zu essen. Komm. Der Mann braucht Fleisch. Ich würde hier gerne mal mit dem Alten reden. Wo ist er denn? Ach, mit dem kann ich gar nicht reden. Der Mann braucht ja auch was zu essen. Ja, das ist so schwierig. Hier, Clem. Du brauchst was zu essen. Ich werde zurück in ein bisschen. Ihm gebe ich erstmal nichts. Erstens, ich kenne diesen Mann kaum. Ich habe noch zwei Sachen. Nee. Ich gebe den Kleinen was zu essen. Hier, Clem. Du brauchst was zu essen. Ja. Ja. Dann crack ich auf den Kassen. Ja, ich habe den Kassen. Ein Sonntag wäre besser nächstes Mal. Haha. Heh. Ich habe das in mir. Wenn du mehr Essen hast, Duck ist auch ein bisschen. Ja. Warum nicht mehr Essen? Ja, ich habe mich noch ein bisschen. Ja, ich habe mich noch ein bisschen. Ja. Oh, Crack ich auf den Kassen. Ja. 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 Ja, ich bin so zu essen. Ja. Ja. Nein, wir geben das weg. Some of these people have gone longer than me without food. They are the ones that need it. Ich behalte das nicht für mich. Das kriegt jetzt Kenny. Vielleicht kann er es ja mit seiner Frau teilen. Das ist nicht so leicht, ist es? Ich habe dich nicht verraten. Ich weiß nicht, wie du hast die Kraft, um das zu tun zu tun, jeden Tag. Ich habe keine Wahl. Hey, danke für mich und meine Familie. Ich bin ernsthaft für diesen Offen, um mit uns zu kommen. Du hast mehr als gewonnen, um in der R.V. mit mir. Du kriegst nicht so blöd aus dem Sack. Hey, meinst du es nicht so? Mi, mi, mi? Ja, dann sollte man ein bisschen aufpassen, was er sagt. Ganz ehrlich. Hm. Und jetzt? Ja, das geht doch nicht anders. Ja, eben. Danke. Ja, was soll man denn da sagen? Ja, es wird noch das nächste Mal ergeben. Ja, es wird mir eine Ehre sein, ihm sagen zu können, dass ich für ihn nichts mehr habe. Weiter. Für dich habe ich nichts mehr zu essen. Ja. Weißt du was? Ich hoffe nicht, dass ich da eine Wand habe, oder? Mach. Ja. 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 Das stimmt. Und was sollst du damit machen? Schau, ich weiß nicht, was es ist. Aber du zwei müssen zu versuchen, zu gehen. Das nur was ich muss machen, ist zu schützen meine Frau. Und gerade jetzt, das bedeutet, dass diese ganze Wand fixiert. Also würde ich es gut empfehlen, wenn du zwei schüttest und mich wieder zurückkommst. Wie funktioniert das? Oh Gott Oh, guok guok Was ist das? Nein, nein, nein Was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Hä? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ach so, alles klar. Hä? Was soll ich tun? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, es tut mir leid. Was soll ich tun? Was soll ich da schon machen? Das werde ich cutten. BTF. Ah, okay. Trett doch zu! Das erste hast du... okay, ich tu die erste hast du. Was ist denn ein Schatz von ihm? Und du hattest Punktblank, war er gebeten und du sagst Nein! Er war es nicht! Du bist nicht gebeten Freund hier, kam zurück zu Leben und versucht zu töten, meine Frau zu töten! Was?! Warte, ihr alle wisst nicht? Was zur Hölle bist du? Es ist nicht der Biss, der es macht! Wir spielen heute Episode 2, Hilfe und Schießmustod, Hilfe und Hunger oder so, oder Hunger und Hilfe oder... Ich weiß es nicht genau... Und ähm... Spielen... Hunger... Oh, ich hatte sogar recht! Hunger und Hilfe! Okay, ich will deshalb... Lasst uns doch einfach beginnen, ohne lange zu quatschen! Ich bin stehen! Laden... Frieden...